Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Madame, ich sehe hier nur ein Ovo. Dein ist Feierabend. An diesen vier Tagen sollten Sie jede Sekunde mit Ihrem Mann verbringen. Leider habe ich keinen Mann. Oder mit Ihrem Freund. Nein, habe ich ja auch nicht. Jetzt kämpft sie gegen die Zeit. Ich habe noch zwei Wochen. Ich habe bloß noch ein Ei übrig. Sie tut alles, was dafür nötig ist. Wie ist dieser Benni gestorben? Das war beim Fallschirmspring. Wenn ich es nicht schaffe, einen von denen abzuschleppen, kannst du mich gleich erschießen. Ich glaube, ich lade schon mal beide Läufe. Mit jedem, der dafür nötig ist. Ich habe auch was Tolles für dich. Ein absolutes Prachtstück. Ach du Scheiße. Scheiße, du darfst das nicht. Da mag wohl einer Nüsse. Georgina. Mein herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der Star aus Austin Powers und Boogie Nights, Heather Graham. Ich brauche eine Bratenspritze. Und Mia Körschner. Ciao Baby und Hallo Schnurrfahrt. In einer Komödie über die Suche nach dem Glück. Und die Hindernisse dabei. Last Minute Baby. Mit jedem. Ja. Ja. Ich bin. Ja. Ja. Ich bin. Ich bin. Ja. Da habe ich dich. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.